Grünen-Chef Omid Nouripour hat einen richtigen Satz gesagt. Er lautet, Deutschland kann eine wegfallende Unterstützung der USA für die Ukraine nicht auffangen. Aber was heißt das? Zunächst einmal, es stimmt. Die Europäer holen zwar auf bei der Hilfe für die Ukraine, beim Militär liegen sie sogar schon vor den USA. Nur, die USA sind als Helferland nach wie vor und mit großem Abstand die Nummer eins. Sie haben der Ukraine Ausrüstung im Wert von 44 Milliarden Euro geliefert. Die deutsche Rüstungshilfe beläuft sich auf mittlerweile 17 Milliarden Euro. Die Zahlen stammen aus dem Ukraine-Support-Tracker des Kieler-Instituts für Weltwirtschaft. Und man sieht, würden die USA ausfallen, Deutschland könnte diesen Betrag niemals ausgleichen. Auch wenn der Bundeskanzler schon angedeutet hat, dass Deutschland mehr tun muss, wenn andere weniger leisteten. Gemeint waren die USA. Der Kanzler hat gesagt, dafür werde Deutschland dann die Schuldenbremse lösen. Darüber wird nun bei uns heftig diskutiert. Überhaupt nicht wird darüber geredet, weshalb die Ukraine-Hilfe der Amerikaner gerade stockt. Der Grund ist, die Republikaner verlangen von den Demokraten eine härtere Asylpolitik an ihrer Südgrenze. Es lang verweigert das der demokratische Präsident Joe Biden, der in Deutschland hohes Ansehen genießt. Besonders bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten. Es sind diese beiden Parteien, die eine tiefgreifende und wirkungsvolle Korrektur der falschen Migrationspolitik nicht wollen. Gerade hat die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken dies klipp und klargestellt. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittländern außerhalb der Europäischen Union kommt für sie und ihre Partei nicht in Frage. Wie sieht es in den USA aus? Über die Südgrenze kommen mehr als 10.000 Migranten. Jeden Tag. Es sind Wirtschaftsflüchtlinge, die meisten aus Lateinamerika, aus Venezuela zum Beispiel, wo die linksautoritäre Regierung des Präsidenten Maduro vielen Menschen offensichtlich keine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben vermitteln kann. Das suchen sie jetzt in den liberalen USA. Die USA werden seit einiger Zeit schon von Wirtschaftsflüchtlingen förmlich überrannt. Aber die beiden Regierungen hat mit den Mexikanern vereinbart, die Grenze offen zu lassen. Dagegen machen jetzt zunehmend die Bürgermeister großer amerikanischer Städte mobil. New York und Chicago zum Beispiel, wo Demokraten den Regierungschef stellen. Die Lage ist, einfach gesagt, die. Kommt Biden den Republikanern bei der illegalen Einwanderung nicht entgegen, weigern die sich der Ukraine weiter mit Milliarden zu helfen. Und damit hat Deutschland ein neues, großes Problem. Es ist natürlich in Deutschlands außenpolitischen Interesse, dass sich in den USA Demokraten und Republikaner über die Asylpolitik einig werden. Und so abwegig wie Biden tut, sind die Forderungen der Republikaner nun einmal nicht. Im Grunde ähnelt die politische Schlachtordnung in den USA, der in Deutschland geradezu verblüffend. Auch in Deutschland wollen die Sozialdemokraten und Grüne nichts wissen von einem härteren Kurs gegenüber irregulärer Migration. Ist das der Grund, weshalb der Kanzler und die Außenministerin zu dem amerikanischen Thema schweigen? Omid Nouripour hat recht. Wenn die USA ausfallen, kann Deutschland nicht einspringen. Wenn man das ernst nimmt, dann hat der grüne Parteichef der grünen Außenministerin gerade eine delikate Aufgabe übertragen. Annalena Baerbock, übernehmen Sie.